Das nächste habe ich ein Bild von einem geschlossenen Ort und ich rede schon von was angeht und live nehmen und live geben, weiß ich nicht, wenn ich gerade angeht, es ist von einem geschlossenen Ort oder einem gebrochenen Ort. Da sind beide auch ein Schutzwohnraum, da haben sich Wassermotor beschützt, die sich selbst beschützt. Die Einschöfte von einem geschlossenen Ort oder einem gebrochenen Ort, dort sind eigentlich zwei ganz verschiedene Dinge, deshalb wird ein geschlossene Ort haben, der red scheinbar von seiner Ort. Wenn du was von dort redest, wächst er immer weg. Wenn du was von dort redest, was er am Bordet hat, dann wächst er nur eine andere Geschichte an. So eine Person ist dort, der red nicht von dort, was er weidet. Wenn es ihm da war, er gleich nicht weidet, er versucht ihn bloß zu töten. Er hat seine Wund immer gebrochen. Und wenn er das Schwert an den Bordet hat, dort wird er, so schnell ist er sich in der Stadt, dann wird er grünlich weg, er ist in der Stelle, hält er in der Mitte, er ist 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 in der Mitte und dann ist er noch wieder gebrochen. Wenn du was mal am Aanbeiden, was er 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 am Aanbeiden, das lässt du doch. Das hat mich zu wei, da will ich nichts von reden. Und hier sind verschiedene Dinge, die das verursacht werden, das können Sünde sein, aber das darf er gar nicht. Das können emotionale Probleme sein, was er der Lefestid belehnt hat, was er am Aanbeiden, was er bloß zu wei hat, von der Rede tun das mal aufmerkt. Das ist vielmehr so eine Person, die von jung ab an nicht eine emotional Connection hat mit anderen Menschen. Oder, dass sie durch eine große Täuschung geschlossen wurden. Das kann so ein Ding sein, als wenn eine gemeinsame Spaltung ist. Das passiert so. Oder, die älteren gehen in eine andere Gemeinde, oder es kann ja gehen in eine andere Gemeinde, da passiert eine große Anzwechheit, was sie nicht können, wird Gottes bewiesen, aber das ist eine große Täuschung. Dort kann so eine Person sein, die sehr ab, was ihr büt haft, aber einmal ist dort nichts mehr. Er hat vielleicht auf dem Prediger gebüt, oder er hat auf dem Gouda-Nobai gebüt, aber einmal macht die so ein Fehler, wo er sich sehr an täusch, und er schlitt, dass er sich tau. Oder er kann so eine Person sein, wo ein Partner gestorben ist. Und er weiß sich nicht, dass das so weit ist, und er schlitt sich bloß tau, er kann nicht mehr rören. So, das sind sehr viele Male, die hat es mit emotionalen Dingen zu tun. Und weißt du was, wenn er dort tauscht, dann kann er auch nicht emotional connecten. Nach einer Lebe, die in die Schlotten gehört hat, sind vielmals so eine Leid, so eine Manne, oder so eine Person, die sind, die dort in der Lein sind, dann würde sie ja klar haben, wenn ich nun ein Haus war vor, wo er noch einmal meine Frau antworten in die Lein bewiesen. Ich habe so ein Dicht mit verlangen, und ich habe so ein Dicht mit verlangen, und ich habe so ein Dicht mit verlangen, dass sie einmal konnte mir sein, wo er das geht. Und wenn ich jetzt in die Haus komme, dann ist meine Frau, dann ist meine Frau, der kracht sich, bang, das war alle toll. Das sind die Schlotten nicht hart, ich sage manchmal, dass sie eine Switch haben. Das sind die Menschen, die sehr viele Menschen reden, wenn sie auf dem Weg gehen können, wenn sie auf dem Weg gehen können, wie sie auf dem Weg gehen können. Aber kommt in die Haus, bang, dann ist die Toe. Das sind Menschen, die eine Switch zu können. Er kann immer normal sein, aber dann kommt er eine Switch auf dem Weg, und dann sagt er, Ola, Mensch. Das ist ein Ding, das ist ein Ding, man muss wie immer und immer, sehr viele Menschen reden von, mein Vater, wie es ist dort. Das sind so gute Zonen, mein Vater, wie ein Prediger. Wenn die Prediger die, dann wird ein sehr viele Menschen, die Menschen loopt, dem alle. Das ist ein Ding, die Menschen an die Schlotten hart. Wodau wir mit an die Schlotten hart amgehen. Weit ihr, so eine Menschen leben am Diestern. Die sind, und haben eine Diestere Plaat, eine Diestere Stuh, die wir alle Namen haben hören. Die ist hier so, eine Diestere Stuh, und die haben sich geschlossen. Vor, wo er seine Emotionale Connection hat. Da haben sie sich geschlossen. So eine Person starten, um Licht zu bringen. eine Brücke wie ganz anders zu schaffen. Eine solche Brücke, die nicht hart haben, da darfst du einmal herangehen, dann hast du das alle. Das kommt rein alle rutsch. Aber so eine Person, die eine Schlotten hart haben, braucht sie die Zeit lang ans Kredit abzuarbeiten, Vertrauen abzuarbeiten. Ich sage, eine Person ist dort jetzt, die ich bloß nennen, fragst, wo geht die dort? Ich will gleich wissen, wo wir das jetzt. wo wir das jetzt nicht gestoppt, ja? Du musst mich nicht in meine eigene kommen. Wo geht das mit so einem? Um Licht zu leben. Hier ist Johannes 1,5,7. Gott ist Licht. In einem Arm, als schöne Diesten ist. Weit ihr, hier braucht, wie so eine Person ist dort, ständig im Licht nicht zu leben. Wo geht das? Ich würde ein Beispiel machen, wenn du weißt, dass eine Person, die in die Schlotten nicht hört hat, ist dein Bruder, oder dein Freund, oder dein Nober, oder was er immer ist. Dem hat es das Licht bloß da geloet. Ich würde sagen, nimm den für Kaffee, so was wir das manchmal sagen. Fohne mal, hey, hast du Zeit? Wir haben mal ein bisschen Kaffee verdrinken. Ver bloß mal an Kaffee denken. Und vertal bloß von das Ding, was du weißt, was er oben ist. So, wie ich schon sage, nicht von seine Tische Probleme reden, nicht von seine ähnliche Probleme reden. Frag ihn bloß, wo geht es, wo geht es, Vertal die Geschichte mit ihm. Und bleib im Licht. Gehen wir noch nicht ihm dies drinnen an mit ihm. Dort haben wir einmal, was viele, die du weißt, in den letzten Jahren hingen, stark in den Läden. Da wird bloß hier im Licht geblieben. Dort, was oben ist. Vor noch mal war er zu Kaffee. Vor noch mal war er zu Kaffee. Vor noch mal war er irgendwo auf der Nacht, wo wir haben, oder wo immer du weißt. Nimm die Zeit, für so eine Person ist dort. Der Tag kommt, weil du bist zum Beispiel fünf, sechs Mal, mit ihm im Licht geblieben. Was meinst du im Licht sein? Wenn du in Klima erklärtest, den auch nicht hört. Seht ganz auf, was er, was er vertelt will, was er vertelt will. Und dann brägt die Beispiele. Wenn er von fünf, dann redet er von dann redet er von den Erfahrungen. Wenn er redet er von am Goren schoffen, mit Früthöp, dann redet er von den Erfahrungen. Wenn er redet er von die Kinder ab, dann redet er von die Kinder ab, wo du das ist. Redet er von wo die Kinder ist, wo du mit dir spaziert hast, wo du mit dir vertelt hast. Amlich, noch nicht am Verzeichen und die Kinder ab, die Kinder ab. Die Dach kommt, da hat er einmal was für euch und ich habe das geliefert. Die Dach kommt, da hat er einmal gefragt, die sich was du das vertaal hast, das ist mir das manchmal. Dann hat er nicht vor, oh, was ich noch, was noch. Nein, dann sagt er ihm ganz die Laten, nein, das ist mir das ich konnte. Und ich weiß auch manchmal nicht, du nicht vor, das Pogger hat alles, ich weiß auch nicht manchmal, dann frag ich einmal, was wirst du da an der Lage, was ich mit meinen Jungen dann sagt, ich rede da. Ich rede dazu, und bei was glaubst du? Dann kannst du an Sachen wiederziehen, das wird nicht lange, das wird ein Morgen sein. Dann wird es ihn heute abschliessen. Weißt du, was hat er da? Er hat das erste Bete abschliessen, mit ein paar Dingen. Und dann ist es wichtig, dass du da nicht für den Antriebs bleib bieten. Red bloß von den Dingen, die du dort gegangen hast, dort er wieder abschliessen kann. Und dort sind wir, wo du kannst, eine Person, die ein geschlossene Tod hat. Diese Schutzwand, man hat ein Hummer durchbrechen, das er nie muss schaffen. Die Schutzwand, was er da hat, den muss er selbst von den Binnen aufmerken. Und wenn du kannst, so eine Fatale haben, so eine Ware, ein geschlossene Tod mit dem Leben von Gott. Das ist das, was ein geschlossene Tod aufmerken hat. Und wenn er einmal etwas fühlt, dass du bist nicht besorgt, aber diese Sünde, was er hier bieten hat, du bist immer besorgt, für das Hort, die da in die Binnen feilt. Dann wird er einfach aufmerken. Dann wird er das Schlatt aufmerken. Dann wird er sagen, komm, check mal hier. Und dort ist der Weg, wo wir keine Ansehne weiter nachkommen. Und du kannst hier aufmerken. Wahrheit, das Licht von Gott. 1. Johannes 1, 5, 7. Wir werden das mal lesen. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkindern, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Fensternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Fensternis, so lügen wir und hören nicht die Wahrheit. So wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So das Licht ist ein großes Port von einem geschlossenen Hort zu finden, wenn wir so im Licht wandeln, als Gott im Licht ist, dort ist eine Verbindung, die passieren wird. Wir dürfen nicht in die düsteren Aachen eingehen, wir dürfen dort bei ihnen zu wandeln und dort das Wort, Gemeinschaft gibt. Und weißt du was? Wenn diese Gemeinschaft da ist, mit einer Person, die in die Schlotten der Horte hat, dann reinigt Jesus am dort, rein alle. Das wird auch noch sein. Das wird auch noch sein.